ja das ist ja mal eine witzige idee von world of tanks recht dieser is ball lustige sache ich habe es jetzt noch kein verliebliches gefecht geschafft und ja mal gucken was das ist nur so ein probevideo mit dem ding ich wollte mal gucken sieht ja schon witzig aus hier schwer zu steuern so nach der vierten fünften runde muss ich immer auf einen konzentrieren dann geht es die ersten gefechte wie dieses loch gefällt das witzige ist man liegt dann in der lava man kann trotzdem noch gucken gar nicht so einfach so so Wir haben das Ziel verloren. Das war's. 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 Das war's.